Hallo, hier ist wieder Hund unterwegs. Heute stellen wir Ihnen ein kleines Trainingsvideo vor. Wir trainieren mit unterschiedlich schweren Dummies. 3 Kilo, 1 Kilo, 250 Gramm, Standard 500 Gramm. Die Hunde beobachten aufmerksam, was passiert. Naja, die Jungen. Die Älteren wissen schon, wie es geht und können auch mal wegsehen. Auf einer großen Wiese werden alle Dummies verteilt. Die schweren, 3 Kilo, 1 Kilo, kleine Dummies, mit Fuchsfell, mit Kaninchenfell. Wer darf zuerst? Die 12-jährige Chelsea. Nach wie vor sucht sie mit Begeisterung. Und da ist eins. Es ist das 1 Kilo schwere Fuchsfell-Dummy und Chelsea weiß, wie man es trägt. Jetzt kommen die 10 Monate alten Nabu dran. Mal sehen, was sie findet. Auch ein schweres Dummy. Oh, sie weiß nicht, wie es geht. Aber sie bemüht sich. Das müssen wir noch üben. Aber sie kommt nach Hause. Ja, so ist es besser. Jetzt die 2-jährige Flitzenmarsch Morgay. Und los geht's. Schon gefunden. Ein 1 Kilo-Dummy. Sie trägt es recht ordentlich. Und wer darf jetzt? Janice. Schauen wir mal, was sie findet. Da hat sie eins. Das 1 Kilo schwere Fuchsfell-Dummy. Jetzt ist Joplin dran. Sie darf heute das letzte Dummy suchen. Das letzte Dummy sollte man einen Hund suchen lassen, mit dem man ausdauernde Suche schon trainiert hat. Mit Joplin haben wir das schon gemacht und sie sucht nach wie vor mit Begeisterung. Da hat sie's. Super. Viel Spaß beim Trainieren der Suche mit unterschiedlichen Dummies wünscht Ihnen Hund unterwegs. Bis zum nächsten Mal.